Musik Hallo, ich nehme euch heute mal mit vom Parkplatz Hengsteisee in Hagen, Hohensieburg, den Ruhrtalradweg entlang, die Ruhr hinauf bis hinter Schwerte, von da aus Richtung Iserlohn, wo wir jetzt hier am Seilersee sind, der laut den Nachrichten eigentlich stinkig sein soll und etwas müffeln, aber wir riechen nichts. Und von hier aus geht es jetzt zurück über Letmarte, Hohenlimburg, die Lenne entlang, wieder zurück zum Parkplatz, zum Ausgangspunkt. Oh, lasst euch mal überraschen. Hier sind ein paar schöne Dicke drin. Guck mal da vorn, siehst du sie? Ja, ja. Oh ja, da sind einige. Aber wenn die so hoch stehen, ist kaum Sauerstoff im Wasser. Musik 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 Wir haben die Lände erreicht. Schön hier. Wir sind jetzt hier in Letmarte. Musik Das ist immer noch die Lände. Ups, hätte ich beinahe einen Fahrradfahrer übersehen. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020